Schaffen wir die? Ah, schon wieder nachgeladen, verdammte Scheiße. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Hübschen, und herzlich willkommen zur nächsten Folge Black Squad auf der Map Castle. Und mein Plan ist in der letzten Folge aufgegangen, schnell die Map zu changen und dann weiter zu rangen. Rangen. Klingt besser. Die Map kenne ich auch, allerdings auch nur aus dem anderen Mode, wie die letzten Maps alle zuvor auch. Achso, Gicht oder was? Aus dem Zerstören, ne, Zerstören, ach was, was ich, dem S&D Mode hier auf Black Squad, daher kenne ich die hier auch nur. Auch im Team-Deathmatch-Mode noch nie gespielt, wo ich der Meinung bin, auch immer noch bin, dass die Map auch einfach viel zu groß ist für Team-Deathmatch. Aber das ist ja, ist mir ja Banane, Hauptsache wir nehmen die Scheiße mit. Hätte vielleicht mal mehr Zeit einstellen sollen, aber ansonsten. Springt, Ballerina, springt. Aber ansonsten ist die Map eigentlich relativ geil aufgebaut. Ich mag ja diesen mittelalterlichen Flair. Das wisst ihr ja. Mittlerweile solltet ihr das zumindest wissen, dass ich diesen mittelalterlichen Flair mag. Mag? Mag. So. Und, äh. Ja, toll, komm ich jetzt hier hoch? Ach ja, stimmt ja. Au, der tat nicht. Egal, nicht zurücklaufen. Du hast wohl schon auf mich gewartet, oder was? Lorazapen, oder wie du heißt. Lorazepan. Klingt wie ein Medikament, Junge. Gegen was hilft denn das? Gegen Impotenz? Ah, ah. Nein, natürlich nicht. Gehen wir mal ins Türmchen rein. Ich hoffe, ich komme da jetzt auch so hin, wie ich mir das vorstelle gerade. Oh, ist schon wieder voll in der Base, Alter. Prösterchen mit dem Braunbierchen. Alter, die haben ein paar Pinks hier. 324, Alter. Wie könnt ihr so zocken, Junge? Ja, wieder keinen getroffen. Ich muss mal eben kurz auf, ich muss mal eben kurz stehen bleiben. 1, 2, 3, 6, 2 noch. 2 sind das noch. Ich habe jetzt in der letzten Folge auch gar nicht geguckt, wie ich gezockt habe. Aber das lag mir auch eher daran, dass ich schnell die Karte wechsle, damit die Leute nicht wieder abhauen. Sonst, die verpissen sich ja immer alle, gleich weil sie keine Zeit haben. Guckt euch das an, fast voll die Scheiße hier. Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja, was soll ich noch sagen? Wir nähern uns dem Ende. Wir nähern uns echt dem Ende von Black Squad. Nächste Folge ist schon die vorletzte Folge. Und dann sind wir auch schon mit durch mit der ganzen Sache. Oh, ich gehe da mal hier lang, ne Kollege? Habe ich mich jetzt befehlt. Ich glaube, so viele sind da bloß noch zwei Maps. Ich weiß, ich weiß jetzt leider aus dem Stillgreif heraus nicht, welche das sind, die jetzt noch kommen werden. Aber, das kriegen wir auf jeden Fall auch noch hin. Boah! Wo kommen denn die jetzt her? Ich sollte einfach mir auch mal angewöhnen, einfach mal stehen zu bleiben. Vielleicht läuft es ja dann besser. Ich kann es immer nur wiederholen, schade eigentlich, dass es irgendwo mit Black Squad zu Ende geht, aber es macht einfach keinen Sinn. Es wird nicht geguckt und... Viel schlimmer ist noch, es leckt. Und kein Mensch weiß warum. Und kein Mensch weiß... Es weiß einfach niemand... Warum? Das ist traurig. Das ist echt traurig. Ich suche gerade die ganze Zeit diesen scheiß Turm, in dem wir immer drinnen gesessen haben, aber ich finde den irgendwie nicht. Hast du da? Da... Irgendwie in den Turm da rein. Aber genau, hier und dann gehen da die Treppen hoch. Sollten sie zumindest irgendwo. Ist aber hier leider im Team Deathmatch zugestellt anscheinend. Das wäre... Das wäre... Weshalb man hier nicht... Doch! Hier! Geht doch! Ich korrigiere mich. Es geht doch! Ach... Okay.... Okay... War wohl leider der verkehrte Weg. Ok... Da oben ist wohl... Ich finde die Map cool, irgendwie... Ich weiß auch nicht ik finde sie geil... Oh. Mama Litius Oh, 4-9, Alter Das ist aber... Vielleicht soll ich mal eine andere Waffe mitnehmen Aber ich hab bloß noch die Scar einstecken Oh, da war noch einer Was, 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 von wo? Ei, ich springe dich auch noch voll in die Nade rein Du bist ja der Held, Junge Du bist ja der Held Vom Erdbeerfeld Hab ich mich doch nicht verguckt Ja, scheiße beim Nachladen Verdammt, Axt Hüpf, hüpf, hüpf Hüpf Ey, du hast nichts mehr, Junge Ach, das... Jetzt gerade macht's wieder richtig Bock, Leute, Alter Ohne Scheiß Jetzt gerade Macht's wieder richtig Bock Black Squad zu zocken Na Aber Okay So, gucken wir mal Jetzt können wir da oben in den Turm reingehen Hüpf, hüpf 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 Oh, war da gerade einer One Minute Left Ja, die Maps, die sind einfach viel zu groß, Leute Das... Die schaffen wir Nie im Leben Schaffen wir die... Ah, schon wieder nachgeladen Verdammte Scheiße Schaffen wir die, äh 150 Kills auf so einer großen Map In 10 Minuten Ich glaub, da reichen auch Okay, 15 Minuten hätten jetzt hier in dem Fall ausgereicht Aber ich glaub, die 10 Minuten, die waren, wie ihr seht Einfach zu knapp bemessen Aber ich will auch ganz ehrlich gesagt Gar nicht länger Einstellen, weil Kack, eh Das ist, äh Ja Naja, guckt ja sowieso keiner Ob ich da jetzt nur 20 Minuten draus mache oder nicht Es wurde ja so gut wie nicht geguckt Und, ja Ich bleib gleich stehen Ich guck auch wieder nicht, wie ich gespielt hab Das gleich nahtlos übergeht Und, äh Wenn's euch gefallen hat Liken, teilen Abonnieren Kommentieren Und so weiter und so fort Ihr wisst Bescheid Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal